Vielleicht trägt mich ja der Wasserfall nach oben. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal blödsinnig, aber in diesem Spiel halte ich nichts per sie für blödsinnig. Ja, er hilft mir zumindest hochzukommen, aber nicht hoch genug. Ich glaube, ich sollte mich nochmal nach was anderem umschauen. Ich habe das Gefühl, was ich bisher habe, das reicht noch nicht. Irgendwas habe ich übersehen. Warte mal. Muss ich vielleicht die Dinger hier aktivieren? Nein. Auf diese Plattform raus auch nicht. Das ist jetzt aber auch eine Rumgerate, Felix. Hier nach oben. Das könnte ich schaffen, wenn ich noch Power hätte. Moment mal. Ähm, Moment. Sorry, ich musste eventuell kurz was nachschauen. Aha. Hier ist was. Okay. Danke. Jetzt würde mir nichts bringen. Moment. Okay. 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 Wenn ich da nach oben noch... Wenn ich da noch nach oben käme. Komm, techt mir mal. Ja? Das war's doch noch nicht. Da fehlt doch noch was. Oder? Nicht? Nee, das ist ja... Diese Ruine. Aber dieser... Diesen Aufbau... Der existiert doch nicht umsonst. Ach nee. Komm. Hm. Aber ob mir das wirklich was bringen würde? Naja. Ja. Nein. Aber ich hab ja schon gesehen, da oben ist eigentlich nichts. Das ist wahrscheinlich wirklich nur so dahin gebaut. Ich denke mal nicht, dass das eine größere Bedeutung hat. Also zumindest jetzt nicht für den Spielfortschritt. Okay, da war ich schon drin. Vielleicht. Das finde ich jetzt schon verzückt. Das finde ich jetzt schon verzückt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich slide eher durch diesen. Na? Nee. Ich komme da nicht nach oben. Vielleicht da hinten schon, also hinter diesen Felsen. Da war ich ja schon. Ja, ich komme da nicht nach oben. Und dann da zur Seite. Das würde mir nichts bringen. Da. Da. Aber da komme ich nicht oben hin. Das habe ich ja schon ausprobiert. Und diese Teppiche da, die mir beim Fliegen helfen könnten. Oder Pfeile. Diese Pfeile da. Die kann ich nicht erreichen. Die fliegen zu hoch. Ich stehe echt vor einem, vor einem, für mich großen Rätsel. Gar nicht mal nur, wie komme ich da irgendwie hoch. Sondern auch, wo muss ich jetzt genau hin. Warte mal. Da wird's halt höher. Aber das schaffe ich doch. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Okay, ich gewinne nicht. Das ist ja nicht wahr. Ich weiß, ich glaube, ich lasse. Ja, ich lasse. Ich lasse. Ich lasse. Ich lasse. Ich lasse. Und wofür sind diese drei Dinger hier? Das muss ja auch eine Bedeutung haben. Ich würde sagen, das ist der Mittelpunkt. Darum dreht sich alles. Da, da in dem Gebäude hier geradezu, habe ich ja gerade eben schon was aktiviert. Aber diese Dinger, die helfen mir auch nicht, hier oben zu bleiben, oder? Ja doch, warte mal. Ne. Das tun die nicht. Das machen nur diese Pfeile. Oder habe ich... Ich übersehe hier wieder was, oder? Ich übersehe hier wieder was offensichtliches. Da komme ich... Nichts finden. Moment. Aha. Oh. Da wäre beinahe meine linke Hand eingeschlafen. Da oben war doch nichts mehr, oder? Da war ich ja schon. Hm. Hm. Hm hm hm. Hier habe ich schon alles aktiviert. Das ist alles komisch gerade. Jetzt habe ich irgendwelche komischen Soundbugs oder irgendwie so klingt das. Oder sind das diese Dinger, die diese Geräusche machen? Da kommt schon. Da fehlt doch noch was. Nicht? Wie komme ich da... Wie komme ich da nach oben? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Die Dinger kann ich nicht aktivieren. Ich muss irgendwas übersehen haben. Ja, ich glaube man braucht Geduld. Man braucht für die Rätsel dieses Spiels Geduld. Und die habe ich gerade. Warte. Ja. Wie könnte das alles? Warte. Wie ist das richtig? Ja, ja. Das ist ja nicht so besonders hoch. Das sieht ja so aus, als ob man das schaffen könnte, nicht wahr? Kann ich aber nicht. Wahrscheinlich, weil mir da zu viel Wind selbst entgegenkommt. Gibt es hier noch irgendein Gebiet, bei dem ich noch nicht war? Was war das denn jetzt? Na nü. Na nü. Wieso habe ich da so ein Leuchten? Was soll das bedeuten? Wenn ich hier nur ein Stückchen höher könnte. Ja. Wieso jetzt dieses Leuchten? Dieses Leuchten begleitet mich jetzt die ganze Zeit. Wo bin ich denn da reingeraten, dass mich jetzt dieses Leuchten... Hallöchen. Hä? Was? Aber, 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 aber... Aber warum? Hä? Ich ja, äh, äh, aber, 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 das, 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 das verstehe ich nicht. Na komm. Komm doch. Wie bist du denn? Wie bist du denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Manchmal, manchmal verschwindet es, manchmal taucht es wieder auf. Sie können mir zumindest ein Stückchen... Ich begreife gerade nicht genau. Ich weiß nicht genau, was ich hier tue. Ich will doch an dieses Teil da noch rankommen. Na komm, gut, dann nicht.